Seid ihr in Asien schon vertreten? Mehr Europa, mehr Afrika? Also wir haben einen ganz starken Fokus auf Heavy Hall. Also wir sind in den USA zuhause, da sind wir auch der Marktführer. Wir haben in England eine Firma übernommen, wo wir Weichen fertigen. Dort wird der Anfang in Europa und in Australien, wo eben auch Heavy Hall sehr gefragt ist, haben wir auch noch ein Werk und versuchen dann von dort aus in die weiteren Märkte Südostasien und Mittlerer Osten und so weiter zu entwickeln. Dann rein. Dann rein.